Musik ...abtredigen zu können. Albert und ich, wir kennen uns ja schon viele Jahre und sind schon auf zahlreichen Gebetstreffen gewesen, mit und ohne Gitarre. Und ich freue mich einfach immer, wenn ich auch mal von ihm so höre, was sich so tut unter den persisch sprechenden Menschen und welche Bewegung Gottes da ist. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute mal bei euch sein kann, auch bei euch, die ich jetzt leider gar nicht sehen kann. Wenn wir so uns zurückerinnern, was wir vielleicht so im März letzten Jahres gedacht haben, als so die ersten Wogen der Corona-Welle zu uns kamen, dann haben wir uns garantiert nicht vorgestellt, dass sich die Sache dermaßen lange hinziehen würde. Ich hörte mich damals sagen, ach, spätestens bis Pfingsten ist alles wieder normal. Doch davon kann leider überhaupt keine Rede sein. Die Pandemie hat uns an ganz vielen Stellen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch in unserem Gemeindeleben. Und sie stellt alles Mögliche in Frage, was wir bislang so gemacht haben, wie selbstverständlich gemacht haben. Man kann nicht mehr so richtig mit allen zusammen Gottesdienst feiern. Wir dürfen nicht mehr laut singen. Kleingruppen sind schwierig. Und dann sind einige von uns ja auch noch wirtschaftlich dadurch ganz schön unter die Räder gekommen. Es gibt ja Leute, die Geschäfte haben, Restaurants oder so, die fast ruiniert sind. Und vielleicht fragst du dich, wie soll das weitergehen? Und in der Bibel sagt Gott etwas zu Menschen, die auch in einer aussichtslosen Situation steckten. Er sagt zu ihnen, siehe, ich wirke Neues. Und ich möchte mal lesen aus Jesaja 43, ab Vers 18. Ab Vers 18 bis 20. 18 bis 20. Ja, das ist nicht so schön. Genau. Ich will es nicht. Genau, ich will es. Amen. Ich wirke neues, sagt Gott. Und er benutzt hier ein Wort für schaffen, was auch in der Schöpfungsgeschichte vorkommt. Gott wird etwas Neues tun. Der Text sagt eigentlich sehr viel über Gott und wenig über uns. Er sagt, wer Gott ist. Gott ist der Herr. Der Erlöser. Der Heilige. Der Schöpfer. Der König. Und es heißt auch, was Gott tut. Er spricht. Er handelt. Er befreit. Er bahnt einen Weg. Er wirkt Neues. Und das sagt er ja zu Leuten, die in einer total verzweifelten Situation waren. Der Text spricht ja in die Situation der Israeliten im babylonischen Exil hinein. Israel war untergegangen, hatte sein Land verloren. Und eigentlich hatten sie ja die besten Voraussetzungen für ein Leben im Segen und in Sicherheit. Gott hatte sie befreit aus der Sklaverei. Gott hatte ein Bund mit ihnen geschlossen. Gott hatte ihnen gute Regeln gegeben und ihnen gezeigt, wie sie richtig leben können. Er hatte ihnen ein Land gegeben, eine Heimat. Aber nein, sie wussten es natürlich besser. Besser als Gott. Besser als die Bibel. Besser als die Propheten. Und so warfen sie Gottes Gebote über den Haufen. Dienten anderen Göttern. Suchten sich falsche Freunde und Verbündete. Und jetzt denk bloß nicht, ja, die doofen Leute damals. Es würde ich ja nie machen. Oder gibt es auch heute Leute, die sich andere Götter suchen. Sachen, die dir unglaublich wichtig sind. Leute, die sich falsche Freunde suchen. Die sie auf falsche Wege bringen. Leute, die sich nicht viel scheren um Gottes Gebote. Sondern eher so denken, oh, was ich fühle, das ist jetzt gut für mich. Und dann kann es dir so gehen, wie es damals den Israeliten ging. Sie verloren den Schutz Gottes. Sie verloren den Segen Gottes. Und auf einmal gerieten sie so in das Räderwerk der Vorderasiatischen Großmächte. Und gingen unter. Der Nordteil des Landes wurde schon im Jahre 722 zerstört. Und sie wurden von den Assyrern verschleppt. Und etwa 150 Jahre später war der Süden dran, Jerusalem zerstört. Auch da die Leute verschleppt. Und die Assyrer und die Babylonier betrieben hier eine ausgesprochen brutale Eroberungspolitik. Sie entwurzelten nämlich die Menschen aus ihrem Land und schleppten sie irgendwo in andere Länder. Sie sollten ihrer Identität, ihrer nationalen Eigenständigkeit beraubt werden, damit sie sich ja nicht wieder mal erheben. Und da saßen sie nun die Israeliten an den Wassern von Babylon und weinten, wenn sie an Sion dachten. Die Gefangenschaft hatte ihnen alles genommen. Alles, was ihr Leben ausmachte, alles, was sie bislang auch für ihren Gottesdienst für unverzichtbar hielten. Der prachtvolle Tempel in Trümmern. Das gelobte Land weit weg. Ihre Heilige Stadt Jerusalem zerstört. Das Königtum des Hauses Davids erloschen. Alles, was ihr Leben ausgemacht hat. Alle Sicherheiten, alle guten Gewohnheiten, all das, was sie als Segen Gottes gesehen haben, weg, zertrümmert, zerstört, zerrann. Her, was ihr Leben aus dem Herzen gehalten. Alles, was ihr habt. Alles, was ihr inhabitant hat. Alles, was ihr mit ihnen angetan hat. haben wir verbunden hat. Wie sollen wir jetzt Gott anbeten? Im Tempel geht's nicht mehr. Wie sollen wir Gott danken? Unsere Altäre sind zerstört. Haben wir überhaupt noch Grund, Gott zu danken? Sollen wir ihn noch anbeten, hier nach diesen ganzen Katastrophen? Und dann machen die Israeliten eine Entdeckung. Sie entdecken, Gott ist auch im Exil bei ihnen. Im fremden Land. Im Land der Feinde. Sie dachten bislang, Gott, das bedeutet gelobtes Land, heilige Stadt, Gottes Tempel. Aber dann merken sie, Gott ist auch hier in der Gefangenschaft bei uns. Und er ermutigt sie sogar, schon durch den Propheten Jeremia, dass sie dort wohnen sollten, siedeln sollten, Geschäfte gründen sollten, Familien gründen sollten. Und Gott sagt, ich habe neues mit euch vor. Ihr seid nicht abgeschrieben. Du bist nicht vergessen. Egal, egal, wie dreckig es dir geht. Egal, was mit deinem Geschäft los ist. Wie es in deiner Familie ist. Wie vielleicht überhaupt dein ganzes Leben auf den Kopf gestellt wurde durch die Pandemie. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat neue Ideen. Du bist nicht abgeschrieben. Und das konnten sich die Israeliten ja überhaupt nicht vorstellen damals. Und Gott fordert auch uns heraus, in den schwierigen Umständen neue Möglichkeiten zu sehen. Er führt sie aus dem Desaster heraus in eine neue Zukunft. Erstmal haben sie gemerkt, auch dort in Babylon konnten sie leben, konnten sie sogar glauben, konnten sie sogar beten. Und er kündigte ihnen sogar an, ihr werdet zurückkommen in das Land, das ich euch versprochen habe. Und das geschah dann ja bekanntlich durch die Perser. Die Perser haben ja auch viele Länder erobert, mehr als die anderen, aber sie waren nicht so brutal. Sie ließen die Leute nämlich glauben, was sie glaubten. Und sie ließen die Leute auch wohnen, wo sie wollten. Und deshalb konnten die Israeliten zurück in die Heimat. Und das deutet der Prophet Jesaja hier schon an, wenn er eben sagt, Ich lege durch die Wüste einen Weg und ströme durch die Einöde. Ich habe ja immer gedacht, im Nahen Osten ist das eigentlich fast immer zu trocken. Ich habe ja immer gedacht, im Nahen Osten ist das eigentlich fast immer zu trocken. Ich war total überrumplt, dass unser Bruder mit dem Regenschirm da durch irgendwie Iran laufen musste. Ich dachte, man kann auch froh sein, wenn es überhaupt mal rechnet oder nicht. Das brauchen wir hier. In Hamburg brauchen wir Regenschirme. Aber bei euch habe ich nicht gewusst. Es gibt ja Gegenden, da regnet es nur ganz selten oder nur zu bestimmten Jahreszeiten. Und sonst ist das eine knochentrockene Angelegenheit. Und Wasser ist kostbar. Man musste sparsam damit umgehen. Gerade damals musste man das oftmals, wer weiß woher, schleppen. Auch im Land Israel, was immer eine Zitterpartie, wird es dieses Jahr genügend regnen. Werden die Flüsse genug Wasser führen. Und wenn nicht, dann drohte Hungersnot und Armut und Verzweiflung. Wasser ist also ein Bild für Leben. Wenn Gott sagt, ich will Wasser geben, dann spricht er von neuem Leben. Dann spricht er von Hoffnung, dann spricht er von Zukunft. Wasser bedeutet ja auch Reinigung, sauber sein. In vielen Völkern und in vielen Religionen ist ja auch Sauberkeit, Reinheit ganz, ganz wichtig. Wenn Muslime zum Gebet gehen, dann waschen sie sich am Eingang der Moschee, dass sie sauber zum Gebet gehen. Und ich war mal in Kalkutta, in Indien frühmorgens so in einer Slum Gegend. Und überall an irgendwelchen Wasserstellen haben die Leute sich gewaschen, so mit Schaum und Seife und allem. Und das war eine total arme und elendige Gegend, aber das Waschen war den Menschen wichtig. Also das Wasser spricht auch von einer Reinheit, sodass die Menschen Gott begegnen können. Wasser ist auch ein Bild für das Wirken des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes kommt und er reinigt und er erfrischt und er belebt. Und so spricht Gott hier von einer neuen Dimension des Glaubens. Und er spricht nicht nur von einer Heimkehr, ihr werdet zurückkommen in euer Land und alles wird so sein wie früher. Manche träumen ja davon, dass es wieder so wird wie früher. Früher vor der Pandemie oder früher als irgendetwas noch besser war. Aber Gott sagt, ich mache etwas Neues durch meinen Geist. Und jetzt hört mal, was schon durch den Propheten Jeremia gesagt wird. Jeremia 31, Vers 33. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und in Hezekiel 36 steht sogar. Und in Hezekiel 36 steht sogar. Ich werde euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres. Ich werde sogar meinen Geist in euer Inneres hineingeben. Das war eine Sensation. Ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen lebt. Bis jetzt war das ja so, dass die Israeliten die Ordnung Gottes kannten. Die standen auf steinernen Tafeln. Oder waren in einem Buch aufgeschrieben. Und man wusste, was man zu tun hatte. Aber es war schwer. Das Gesetz kam von außen zu den Menschen ran. Und es sagte, das müsst ihr machen. Aber jetzt kündigt Gott an. Das Gesetz wird in euer Herz hineingeschrieben. Aber jetzt sagt Gott, dass wir diese Verhältnisse in eurem Kopf schreiben. Dann wollt ihr plötzlich tun, was Gott sagt. Ja, wir müssen ja die Gebote Gottes halten. Und wir dürfen dies nicht und jenes darf man auch nicht. Eigentlich würden wir ja gerne, aber ist ja alles verboten. Das ist vorbei. Sondern Gott schreibt sein Gesetz in unser Herz. Und damit wird deutlich, Gott sagt zu den Israeliten. Es kommt nicht darauf an, dass ihr euch jetzt anstrengt. Wenn ihr euch Mühe gebt, könnt ihr euch wieder hocharbeiten. Und wenn ihr alles richtig macht, kommt ihr vielleicht wieder in euer gelobtes Land zurück. Schränkt euch an und dann wiegen wir mal ab, ob eure guten Taten mehr wert sind als eure schlechten. Sondern Gott sagt, ich werde eure Herz verändern. Ich, der Herr, schenk euch ein neues Leben. Ich sorge dafür, dass mein Geist in euch lebt. Und das ist natürlich eine Zukunftsschau, die die Leute sich damals kaum vorstellen, kaum ausmalen konnten. Hier ist ja schon die Rede von dem, was durch Jesus Christus passiert ist. Und von dem neuen Leben ist die Rede, dass nur Jesus Christus uns schenken kann. Und jetzt ist die große Frage, wie gehen wir damit um, mit dem, was Gott tun will. Und als würde Jesaja ahnen, dass die Leute das kaum fassen können. Sagt er jetzt, Leute, ich warne euch vor mehreren Gefahren. In Vers 18 steht, denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Also trauere nicht der Vergangenheit nach. Lebe nicht irgendwie in der Vergangenheit und jammer immer rum, dass früher alles besser war. Ja, früher. Früher waren die Männer stärker, die Frauen schöner, das Wetter besser, alles war früher besser. Es gibt manchmal Erinnerungen, die wollen uns fesseln, die wollen uns bedrücken. Es gibt manchmal den Versuch, Dinge festzuhalten, die man nicht festhalten kann. So ein Klammern an die Vergangenheit. An verlorene Träume. Vielleicht hast du in deinem Leben auch Enttäuschung erlebt. Vielleicht in einer Beziehung, vielleicht in deiner Familie, vielleicht in deinem Beruf. Aber wir dürfen nicht und sollen nicht an vergangenen Dingen uns festklammern. Sondern wir sollen offen sein für das Neue, das Gott tun will. Es geht ja nicht darum, dass hier irgendwie ganz allgemein alles Frühere schlecht gemacht werden soll. Du sollst dich sehr wohl an das erinnern, was Gott Gutes in deinem Leben getan hat. Die Israeliten hatten ja einen Festkalender. Und da waren alle möglichen Feste drin, jedes Jahr, die sie immer wieder feiern sollten, um sich daran zu erinnern, was Gott Gutes getan hatte. Also natürlich sollst du dich an das Gute erinnern, was Gott in deinem Leben gewirkt hat. Aber du sollst nicht deinen Schmerz festhalten. Oder deine Enttäuschung. Und einfach nur von vergangenen Zeiten träumen, weil das alles so schön war. Es gibt schlechte Erinnerungen, die uns total blockieren. Es kann sogar gute Erinnerungen geben, die uns aber lähmen, weil wir nicht mehr offen sind für das Neue. Nur in der Vergangenheit leben. Aber Gott sagt, ich mache etwas Neues. Viele Leute stellen ja gerne Warum Fragen. Viele Leute stellen ja gerne Warum Fragen. Warum hast du mein Gebet nicht erhört? Warum hast du mein Gebet nicht erhört? Warum passiert mir das immer? Und mit solchen Warum Fragen wollen wir gerne den Durchblick haben. Wir wollen die Kontrolle gewinnen. Wir wollen alles verstehen. Wir wollen uns ein Urteil bilden. Wir wollen gerne zu Gericht sitzen. Oh, das hast du aber falsch gemacht. Oh, das hast du aber falsch gemacht. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das hätte ich dir vorher sagen können. Und dann kannst du nämlich auch wenn dir etwas Schlechtes passiert im Leben. Offen sein für das, was Gott dir dadurch sagen will. Also trauere nicht der Vergangenheit nach. Das ist so die erste Gefahr, von der Jesaja hier spricht. Und die zweite finde ich in Vers 19. Erkennt ihr es nicht. Steht hier. Also der Appell lautet. Verpasse nicht das neue Handeln Gottes. Denn Gott spricht. Ja, seht, ich mache etwas Neues. Erkennt ihr es nicht. Es hat schon begonnen. Aber seht ihr das überhaupt? Kriegt ihr das mit? Nein, wir kriegen es nicht mit. Wenn wir in die falsche Richtung gucken, kriegen wir eben nicht mit, was Gott Neues tut. Wenn wir nur nach hinten, in die Vergangenheit gucken, dann sehen wir eben nicht, was Gott an neuen Wegen vor uns tut. Wenn wir auf unsere Enttäuschung gucken. Oder auf Fehler, die andere Leute gemacht haben. Oh, dein Kleingruppenleiter. Oh, dein Kleingruppenleiter. Oder dein Ehepartner. Oder wie dein Pastor dich behandelt hat. Nein. Dann guckst du in die falsche Richtung. Und dann erkennst du nicht, was Gott Neues tut. Und Gott sagt, ich weg etwas Neues. Erkennt ihr es nicht. Richtet dein Blick auf das, was Gott tut. Und Gott sagt, ich habe einen neuen Job. Er kann also Gottes Handeln verpassen. Du kannst Gottes Handeln in deinem Leben verpassen. Gott will etwas Neues wirken. Aber du bist voller Anklagen, voller Ärger, voller Enttäuschung über irgendwelche Sachen. Auch Gemeinden können Gottes Neues wirken verpassen. Ich kenne Gemeinden, die versuchen, an irgendeiner Stelle ihres Gemeindelebens auf Autopilot zu stellen. Jetzt finde ich es richtig schön. Jetzt finde ich es richtig schön hier. Ich kenne alle Leute. Ich mag die Lieder. Hoffentlich ändert sich nicht zu viel. Bloß nicht wackeln. Aber manchmal wackelt unser Leben. Und manchmal erschüttert Gott auch unser Leben. Weil er etwas Neues machen möchte. Er möchte ja nicht, dass die Gemeinde der Ort ist, wo wir immer nur gerne hingehen und damit es immer noch schöner wird und damit wir noch lieber hingehen. Er möchte uns als Gemeinde ja einen neuen Auftrag geben. Und uns in Bewegung setzen. Mir ist aufgefallen, dass jetzt in der Pandemie viel weniger Leute zum Gottesdienst kommen können. Aber viel mehr Leute hören und schauen die Predigt im Internet. Wir erleben, dass trotz aller möglichen Einschränkungen immer wieder neue Leute auch in die Gemeinde direkt kommen. Und ich frage mich manchmal, ja, wie fordert Gott uns heraus als Gemeinden, um gerade jetzt in dieser Zeit Zeugen für Jesus Christus zu sein? Also ich freue mich auch, wenn der Gottesdienstraum wieder voll ist und wir alle laut singen dürfen. Und wenn wir wieder Gemeindefeste oder Freizeiten machen dürfen. Aber ich möchte nicht nur zurückdenken und fragen, wann ist es wieder wie früher? sondern ich möchte Gott fragen, Herr, wie sollen wir in dieser Zeit und in der Zukunft die ewige Botschaft verkündigen? Und am Ende sagt Jesaja, gib Gott die Ehre. Hier steht in Vers 20, 21. Die Tiere des Feldes werden mich ehren. Die Tiere des Feldes, in Vers 20. Jesaja 43. Die Tiere sollen Gott loben und das Volk sollen Gott loben. Das klingt schon so ein bisschen komisch. Ja, Lobpreis mit Schakalen oder Straußen oder irgendwelchen Wüstenfüksen. Aber ich merke, wenn Gott segnet, dann wird die ganze Schöpfung mit hineingenommen. Wenn Gott die Gemeinde segnet, dann wird die Umgebung das mitbekommen. Wenn Gott dich segnet, dann werden Leute um dich herum auch gesegnet sein. Gott interessiert sich nicht nur für dich. Dein Heil, Deine Rettung, Dein Segen, Dein Wohlergehen, sondern Gott möchte die ganze Schöpfung in seinen Segen hineinnehmen. Und deshalb endet der Abschnitt damit, dieses Volk, das ich mir gebildet habe, soll mich ehren. Weil sie nämlich merken, wie Gott etwas Neues wirkt. Und wie das Neue nicht schlechter ist als das Alte, sondern besser. Und wenn Gott dich segnet, dann wird das ein Segen für die Gemeinde sein. Und wenn Gott in der Gemeinde etwas Neues wirken kann, dann wird das Menschen anziehen. Und deshalb sehe ich hier, dass hier auch für Gott das Gericht ist nicht das Letzte Wort. Und die Pandemie ist natürlich nicht das Letzte Wort. Und auch das Unglück, das du vielleicht in deinem Leben hast, ist nicht das Letzte Wort. Gott schenkt etwas Neues. Gott schenkt einen Neuanfang. Und ich möchte, dass wir gleich nach der Predigt mal so ein bisschen darüber nachdenken, wo stehe ich in der Gefahr, irgendwie im Vergangenen drinnen zu hängen. Wo kreisen deine Gedanken um Enttäuschung oder Schmerz wegen irgendwelcher Sachen, die mal passiert sind. Und wo drohst du vielleicht zu verpassen, was Gott an Neuem tun möchte. Und vielleicht sind hier Menschen, die sagen, ich will offen sein für das Neue, das Gott tut. und dann wirst du offen für das, was Gott mit dir Neues tun möchte. Lass uns doch jetzt mal ins Gebet gehen und einfach darüber nachdenken, was das für unser Leben persönlich bedeutet. Herr, ich bitte dich, dass du jedem hier und jedem, der das sieht, zeigst, was du neuest in seinem oder in ihrem Leben tun möchtest. Und ich bitte dich auch, Herr, dass du zeigst, wo irgendwelches vergangenen, alte, irgendwelche Erinnerungen dir im Weg stehen. Und ich möchte dir, dass es ein Ort ist, ein Ort ist, eine Erinnerung, ein Ort ist, ein Ort ist, dass du, was du, was du anstattest? Und ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, der auch aus schwierigen Situationen etwas Neues schenken kann. Und ich bete für meine Geschwister, dass du ihnen ein Blick für das gibst, was du Neues in ihrem Leben tun möchtest. Und ich bete für meine Geschwisterung, dass du ein Geist mit dir ein Bild hast, um ein Bild zu machen, um die Arbeit zu machen. Öffne die Herz für das Wirken deines Heiligen Geistes. Zeige ihnen, welchen Auftrag du für ihr Leben hast. Zeige ihnen, wie sie erleben können, was du durch deinen Geist tun möchtest. Ich glaube, Herr, dass du heute Menschen berufen wirst. Ich glaube, dass du heute Menschen herausholst aus den Enttäuschungen der Vergangenheit. Aus dem Schmerz über gescheitertes Leben oder falsche Entscheidungen oder was sie so auch erlebt haben. Und dass du ihnen zeigst, es kommt etwas Neues in deinem Leben. Danks dir, Jesus Christus. Amen. 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 Amen.